Aber, der muss ja auch sterben. Irgendwie. Okay, schon mal den Auszug rufen. Der lustige Blau-Ritter, der ist eine Herausforderung. Ich weiß nicht, das war eigentlich voll doof und gewonnen habe ich dadurch auch nichts. Jetzt schon hier am Estos rumgenuckeln. So ein Scheiß. Aber ich habe ja eigentlich gesehen, da war ja eine sogenannte Safe Zone. Vielleicht ist das ja wirklich ein stinknormales Bonfire. Das wäre super. Schauen wir mal. Bald habe ich ein komplettes Lothric Knight-Set. Ein Speer. Das ist natürlich sehr geil. Wo ist er? Da. 20. Wow. Der braucht natürlich schön viel... ...Agality. Also, muss ich mir Souls holen und dann... ...Gucken wir uns erstmal hier um. Okay, eine Kirche. Achso, oh... ...Jaja. Also, das ist also schon besser. Oh, okay. Oh, bitte. Oh, bitte. Okay. Liste. Find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Okay. This farewell gift is for you. Oh yeah, farewell gift is immer good. It is the insignia of an old cupboard. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then edge this upon your heart and the old Concord will beckon noble blue Sentinels to hunt these dark spirits. But good. Oh, damn it. Okay. Okay, also, Emma. Die hat mir den Way of Blue geschenkt. Bin ich jetzt schon im Way of Blue, oder was? Tatsächlich. Ohne zu fragen, aber gut. Okay. Das ist ja jetzt für den Anfang nicht verkehrt. Aber das nächste Mal würde ich gerne fragen, ob ich einen Covenant beitreten möchte. Naja, okay. Was steht hier? Try Fire. Okay, dude. Jetzt bist du dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist ganz schön tough. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wusste ich doch, dass in der Kathedrale wäre da eigentlich hinterher. Oder doch? Nein. Toll. Okay, das ist jetzt arg billig. Ich weiß. Ja, das ist arg billig. Und? Dann sieht ihr auch warum. Das ist mir egal, dass das arg billig war. Das bringt ja eh nix. Ja. Rekindled Gem. Refined Gem. So, Problem ist, ich bin jetzt wieder fast tot. Keine, keine ist das. Das ist, ich bin jetzt. Nee, Kollege. So nett. Hier gibt es nichts. Einfach nichts. Aber was war das denn vom Geräusch? Oh, die Kategorie ist ja wirklich blau. Ach, das war das. Hier gibt es auch nichts. Aber man kann auf die Dingshöfe, auf diesen Vorsprungs, mach ich jetzt. Vielleicht passiert da ja irgendwas. Hä? Ach so, ja klar, der ist ja gar nicht verschwunden. Jumping Offerhead, genau. Ja. Scheiße. Oh Mann. Nicht mal dicken Loot gibt es hier. Aber rumfliegende Beine. Okay, hier kommt wohl ein Boss. Mit null Estus ist es natürlich eine super Idee, den anzugehen. Okay. Okay. In dem Fall. Muss ich eh nochmal zum Dings vielleicht. Zum... Stud-Trainer. Vielleicht hab ich eh jetzt 7.000 Seelen. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann geh ich jetzt einfach mal aufleveln. ... ... ... ... ... ... ... Keine Zeit für so Spielchen. Apropos, den Drachen muss er doch auch irgendwas machen können, bestimmt. Kann ich eigentlich den Crossbow, den ich gefunden habe, benutzen? Manchmal wenigstens noch ein bisschen Pfeil rumschießen? Würde ich schon ganz gern können, nur so ein bisschen. Okay, man kann also mit Crossbows zielen, das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt im Zweifelsfall kann ich mir tatsächlich mal einen zulegen. Oh, ist das hier manchmal? So. Ich will übrigens mal einen Ember benutzen. Vielleicht ist das ja gut. Willkommen nach Hause, sprich dein Herz. Sehr gut. Dann darf hegen. Bisschen HP, bisschen. Jorans Atelity bringt was nochmal? Egal. Ich kann es ja eh nicht mehr steigern. Wow. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Ob ich irgendwo jetzt so Rufsymbole sehe. Ich höre es ja schon. Ich sehe sie noch nicht. Ach, ich stehe direkt drauf. Warum nicht? Unable to summon Phantom. Okay, das ist ja super. Das ist ja gelohnt hier. Naja. Es kommen sicherlich noch mehr. Ich habe nur keinen Bock invaded zu werden. Weil ich bin noch so ein Profi im Invaded werden. Aber genau zu sein, damit dann sterben. ich bin schon. Okay. Okay. Also so ein Sunbrow-Symbol wäre mir jetzt ganz recht, eigentlich. Okay, bevor man hier wieder nachdenkt, da abzuhauen. Mist gewesen, die wir daraus gefunden haben. Das war gut. Das war gut. Und... Wasser. Ähm, mal eine blöde Frage, diesen Weg hier hoch. Hab ich den schon mal genommen? Ja, hab ich. Sehr cool. Ich sehe dort viele Summon Signs. Sehr gut. Gefällt mir. Das ist sogar der Sunbrow-Gesicht da. Das ist sogar der Sunbrow-Gesicht da. Das ist sogar der Sunbrow-Gesicht da. Und dann sieht auch Sunbrow aus. Gibt es hier irgendwas so Leermäßiges? Ja, ja, der sieht doch gut aus. Und, was? Nur zwei? 2 Yeah, Sunbro! Na dann, gehen wir mal vorwärts. Na dann, gehen wir mal vor.